Ja, hallo liebe junge Fußballer und Fußballerinnen, der Felix und der Moritz werden euch auf diesem Film einiges zeigen, dass ihr alleine oder zu zweit oder auch mit drei oder vier Freunden gemeinsam Fußball üben könnt, auch in dieser momentan schwierigen Zeit. Die Grafiken und Skizzen vor den Übungen sollen dir ein bisschen helfen, das Ganze auch richtig aufzubauen und dann einzusetzen. Achtung, fertig, los! Hop! 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, wir haben einen Richtungswechsel, sehr gut und weiterlaufen und weiterfinden und wieder Blickkontakt suchen. Jawohl, so ist das super. Blickkontakt suchen, gut so. Hopp! 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 Das war's. Oh, oh, oh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Drei 18 23 plus 11 45 minus 18 10 hop 25 25 25 31 31 32 32 32 33 34 33 33 34 34 33 34 35 Wettel, wettel, wettel! 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 Wettel, wettel!